Hi Leute, herzlich willkommen hier in einer neuen YouTube-Serie. Mein Name ist Lukas und ich werde demnächst für euch einige Freizeit-Affitäten ausprobieren. Heute fürs erste Mal habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar gehen wir hier in Lindler Segelfliegen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft, was da so auf mich zukommt. Ich habe natürlich auch ein bisschen Schiss, aber ich treffe mich gleich mit Elmar, ein sehr erfahrener Pilot. Und der wird mir sicherlich alles gut erklären und dafür sorgen, dass ich gleich ganz heile wieder unten ankomme. Bis gleich! Elmar! Ja! Hi! Ja, hallo! Hi! Hey, ich bin Lukas. Ja, ich bin Elmar. Ich bin hier dein Fluglehrer und ich habe gehört, du willst das Segelfliegen lernen. Ja, bei dir wollte ich heute einen Schnupperkurs machen. Klasse, ja, freue ich mich auch. Wenn du willst, zeige ich dir mal das Flugzeug von innen, die Instrumente und erkläre dir ein bisschen, wie so ein Flugzeug fliegt. Gerne. Ja, schön, dann komm mit. Super, freue mich. Dann zeige ich dir mal die Instrumente in so einem Segelflugzeug. Als erstes und zentralstes ist das hier unser Steuerknüppel, mit dem wir eben die Fluglage des Flugzeugs steuern werden. Dann haben wir hier vier Variometer, ein Funkgerät und ein Antikollisionswarngerät. Das ist eigentlich auch sehr wichtig. Und dann gibt es nachher noch Landeklappen, die wir zur Landung benutzen werden. Aber das zeige ich dir oben am Start dann, am Doppelsitzer, mit dem du dann auch fliegen wirst. Nochmal ganz genau. Ja gut, auf geht's! Ja, klar, gerne! Wir sind jetzt hier an der Seilwinde angelangt und die hat so viel Power, dass sie dieses kleine Flugzeug da in ungefähr drei Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Also hier wird gleich richtig Frost abgehen. So, wir sind jetzt gleich mit dem Startpunkt angekommen. Da fliege ich dann mit Elma los. Ein bisschen aufgeregt bin ich hier schon. Und in diese Richtung raus oder in die Richtung? Dann haben wir hier Mikro, unseren Steuerknüppel. Die sogenannte Trimmung, die Landeklappen. Und jetzt musst du zu mir kommen und dann lege ich dir schon mal den Fallschirm an. So, da schlüpst du jetzt rein wie in den Wanzen. So, jetzt drehst du dich mal zu mir um. Das wäre das Teil. Zuerst lege ich dir den Brustgurt an. Und dann hier zwischen den Beinen hoch einklinken und fest anziehen. Das ist wichtig für den Mann. So, jetzt ist der Fallschirm, sitzt jetzt schon richtig an dir. Und jetzt hier, das ist deine Reißleine. Das gelbe. Meine Lebensversicherung. Genau. Die verbinde ich jetzt schon mit dem Flugzeug. Klingt genannt bei mir. Ja. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. So, jetzt bist du total korrekt mit der Reißleine und dem Flugzeug verbunden. Und der Fallschirm würde im Notfall sofort dann öffnen, wenn du aus dem Flugzeug raus wärst. So, das wäre jetzt korrekt. Ich habe meinen manuellen Schirm. Jetzt können wir zum Start und den ersten Flug machen. Oh ja, ich freue mich. Das ist gut. Ja, schön. So, jetzt aber. Geht's? Ja, das passt. So, dann schnalle ich dich auch noch schön fest. So. Okay, ich drehe nach links im Fall der Fälle. Genau. Ja, da geht alles schlagartig auch auf. Siehst du, hier ist der Seitenruder. Können wir auch gleich brauchen. Und hier der Knüppel. Ah ja, da stößt es hier an. Ja, ja. Und das brauchen wir dann zur Landung. Okay, gut. Also links nicht blockieren, Mitte nicht blockieren. Ja, genau. Ich mach mich klein. Ja, bitte. Ich sag meinen Eltern, dass ich sie liebe. Gut. Wird schon das Glück. Danke. So, dann muss ich das auch mal bei dem machen. Oh, jetzt darf ich nicht passen. Knapp aber du. Okay. Ja, ist aber alles. Ja, das ist schon zu. So, Freunde, jetzt geht es wirklich los. Und auf geht's. Uh. Oh, das war krass. Ja. So, jetzt haben wir ausgefliegt. So, jetzt fliegen wir. Ja. Leute, Leute, das ist ein schönes Gefühl. Wahnsinn. Wahnsinn. Man, so oder so, riesen Spaß. Super toll. Nur ein fliegen ist schöner, ja. Ja. Aber sie müssen die Aussicht sehen. Also, das ist fantastisch. So, jetzt fliegen wir gerade über die Stadt. Das ist Wahnsinn, wie weit man hier gucken kann. Wunderschön. Jetzt gehen wir runter. Schaden geklappt. Das macht Spaß. Gleich sind wir wieder runter. So, geschafft. Ich danke dir. Ich hoffe zu danken. Das war schön. Ich genieße das noch so ein bisschen nach. Also, nur fliegen ist schöner. Ehrlich. Es ist wie du da begleitest und guckst. Wir sind auch über die Stadt geflogen. War auch super. Wahnsinn. Und was eine bestialische Kraft, wenn du da angezogen wirst. So, dann an euch alle, die ihr heute so mitgewirkt habt. Für mich wunderschönen Tag gemacht habt. Tolle Erfahrung. Schön, dass du da warst. Danke. Schön, dass ich hier sein konnte. Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Danke. Hatte eine Menge Spaß. Wir sehen uns wieder. Ja, das denke ich schon. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich liebe es. So Leute, wie ihr gesehen habt, hatte ich heute einen wunderbaren Tag. Ich hatte ein echt schönes Erlebnis. Es war ein toller Flug. Elmar war ein klasse Pilot. Also, solltet ihr jemals die Chance bekommen, empfehle ich euch. Probiert es definitiv für euch selber aus. Es macht so viel Spaß. Auf unserem Kanal geht es demnächst auch weiter mit tollen anderen Aktivitäten. Zum Beispiel wollen wir House Running machen. Wir wollen Fallschirmspringen gehen. Und es bleibt auf jeden Fall immer spannend. Also bleibt dabei.